Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und wir spielen heute, wenn ich du wäre, in Arena Duos und mit dabei ist der Einzige, der mit mir aufnehmen will. Und der Einzige, der ihm Klicks bringt. Und der Einzige, der ihm Klicks bringt, Freunde. Nur wenn ich D-King reinschreibe, mache ich Klicks, sonst alles flop. Deswegen nehme ich jetzt immer D-King mit rein, obwohl ich ihn nicht mag, aber natürlich, Freunde. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo oder aktiviert die Glocke und geht bei Creator Code ein. Und, Freunde, ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go! So, Freunde, wir landen in Pleasant Park, unsere erste Runde. Ich hoffe, wir kacken nicht komplett rein. Und, D-King, ich fang schon mal an. Wenn ich du wäre, würde ich nach jedem Kill Pommes sagen. Okay. Kriegst du das hin? Ja. Wenn ich du wäre, André, ne? Ja. Würde ich bei jeder Waffe, die du aufsammelst, ne? Ja. 187 rufen. Okay. Das kriegen wir hin, Freunde. 187! 187! Oh mein Gott, Digga, das bringt voll Glück. Ich habe zwei blaue Waffen gefunden. 187! 187! Du bist so ein Spaß. Hier, D-King, nimm mich. Oh, Bruder! Ich habe für dich welche 187. Okay, lass uns welche killen jetzt, komm. Nein, 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 nein. Wir müssen zwei Early-Kids machen. Guck mal, da wird schon geschossen. Let's go! Guck mal, das ist ein Bobo. Das ist ein Bobo, Digga! D-King! Ja, chill, chill, komm. Das ist ein Bobo. Braucht deine Hilfe. Hab einen gedowned, D-King? Okay. Noch einen gekillt. Digga, please. I need your help, Bro. Bünder. Hast du jemanden gepommisst? Ne, ne? Nein. Oh, hier noch eine. 187! Ich hab noch einen. Noch einen. Du hast keinen gekillt. Aber egal, Pommes. Oh mein Gott, Tommy Gun. Digga, was rasiere ich? Ich hab vier kills, Freunde. Oh mein Gott! Alles wird weggeschmissen. Achso, 187! Ich hab eine Waffe aufgenommen. Besser ist es, mein Freundchen. Besser ist es. So, Freunde. Vier kills. Da kann man schon geil mit starten. Alter, alle kills haben wir geklaut. Aber wieso hab ich so wenig Mets? Obwohl ich vier kills geklaut hab. Aber hier ist Dings. Hier ist Minis. D-King. Wenn ich du wäre... Ja, hier ist ein... Würde ich jetzt... Ja. Oh mein Gott. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt 101 gegen machen. Ich helfe dir nicht. Oh mein Gott! Also, Pommes. Habe ihn gekillt. Ey. Ja? Das ist Zing, weil das hast du nicht. Nein. D-King, wenn ich du wäre, funktioniert das du wieder. Okay. Jetzt gehen wir. Bist du, hat geholfen. Freunde, das wird eher so ein Troll, wenn ich du wäre, weil wir sind beide Mongos. Aber hier, nimm die Minis. Aber wenn ich du wäre, ne? Ja. Würde ich jetzt erstmal 30 Sekunden lang nur tanzen. Okay. Oben die Zeit, Freunde. Eine Minute darf ich mich wieder bewegen. Oh mein Gott, bitte. Ich sterbe nicht dabei. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mehr Videos mit D-King machen muss. Für die Klicks. Oder ob ihr mich auch alleine schaut. Voll eine dumme Aufgabe eigentlich. So, noch drei Sekunden, Freunde. Ich bin nicht gestorben. Okay, ich habe sie geschafft, D-King. Okay, was ist meine Aufgabe? D-King, wenn ich du wäre, würde ich jetzt drei Nineties bauen. Hintereinander. Auf Schill. Boah, das kann ich nicht. Tu es. Oh. Digga, next T-View oder was? Digga, du hast die Aufgabe verkackt. Lass mal stecken. Hä, nein. Doch. Was ist deine Bestrafung? Ne, stopp. Ich habe drei Nineties gebaut. So schnell wie ich konnte. Okay. Okay, sagen wir, D-King hat bestanden, weil er ist D-King. Du hast Glück, dass sie keine sind, Alter. Sonst hätte sie ein bisschen rumpommissen müssen. Oh, da kommt ein blauer Automat. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mit mir zum Loot Drop gehen, aber mir den Loot überlassen. Du bist so ein schöner Mann. Das weiß ich. Boah, D-King, wenn ich du wäre, dein ganzes Holz würde ich nicht. Würde ich mir geben. Ja, kannst du haben. Dankeschön. Aber André, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt das ganz Holz, was du hast, mir wiedergeben. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Ja Mann, ich bin mit Plus rausgegangen. Ja Mann. Und überlass dir alles. Bitte, D-King. Oh mein Gott, was für ein Loot. Krank. Das schmeckt mir aber. Ja, ne? Würde mir auch schmecken. D-King, wenn ich du wäre, würde ich den D-King nicht trinken. Warum nicht? Okay, dann bleibt er hier liegen. Nö, ich nur mein. Äh, wenn ich du wäre, würde ich den Schocker hier liegen lassen. Oh. Oh, D-King, du bist so ein. André, komm, hier sind Fights. Ja, ich komm mit Brüder. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, ob euch die neue Map gefällt. Ich bin ja der Meinung, dass es mit der Season gleich direkt wieder geändert wird, weil Tilted Towers weg, das weg, dies weg. Die machen das extra, um euch aufzuregen. Also entspannt euch. Auf Basis. Komm, komm. Ich bin gleich da. Wo bist du? Komm, D-King, wir müssen jetzt fighten. Wir dürfen nicht verlieren, mein Freund. Hast du gehört? Wir dürfen nicht verlieren. Ja. Ich mache auch epische Musik rein, wenn wir fighten. Wie gut, dass ich kein Holz habe. Hm. Weswegen wohl? Habe einen getroffen. Einer ist ausgenockt. Oh mein Gott. Einer ist ausgenockt. Gehen Russen, D-King. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt beide Russen. Two on one. Oh, Tü. Der hat auch nicht geführt. Digga, ich geier seinen Kollegen nicht und er geiert mich. Komm, hol den schnell. Hab ich, hab ich. Weg, Alter. Weg mit dir. Okay, hol ich schnell meine Karte. Wo ist deine Karte, Bro? Ich hol sie. Ich hab sie. Und geh zum Bus. Geh zum Bus. Lass doch noch ein bisschen Loot liegen. Geh direkt zum Bus. Nein, nein. Geh direkt zum Bus. Chill, chill. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt direkt zum Bus gehen. Du bist so ein Arsch. Digga, ich fliege da jetzt nur, wenn ich du wäre. Sonst würde ich dich so da verrecken lassen. Erstmal. Oh mein Gott. Hast du das gesehen, D-King? Ja. Ich schieße noch nicht. Ich schieße noch nicht. D-King. Helf mir. Du, ich brauch deine Kraft, D-King. Ja, mach ich doch gerade. Okay. Komm, schnell, schnell. Ich hol dich, D-King. Ich hol dich. Danke, André. Ja, Mann. Komm, wir müssen mein Lux zurückholen. D-King, wir müssen rasieren, Digga. Es leben noch 24 Leute. Also 22 ohne uns, Freunde. Jetzt holen wir das Finale. Bist du bereit? Ja, komm. D-King, wenn ich du wäre, kommst du jetzt ins Finale. Okay, wenn ich du wäre, so da Leute. Oh nein. Ehrlich jetzt? Ja. Ich sehe sie. Haben wir ihn einmal gehittet? Ja. Zwei Baguette. Ich habe keine Waffe. Ja, Bro. Du hast eine graue Pistole. Das reicht. Das reicht, Bruder. Halt die auf. Digga, was haben die hier gebaut? D-King, nicht sterben, Bro. Oh, Digga. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Komm runter, komm runter. Ja, bring links. Bin hier komplett eingebaut. Nein. Oh Mann, D-Boy, Mann. Es sind wieder solche Schwitzer. Bin ganz unten. Hab einen. Alles gut, Bruder. Hast du beide? Nee, nee. Bin hier ganz unten. Stürf, Junge. Nice, ich habe beide, Digga. Komm, D-King, ich hole dich. Oh mein Gott. Nein, Digga. Was hat er da gemacht, Alter? Was ist er? Kobe Bryant, oder was? Ja. Digga, wie viele Leute sind das? Was ist los? Guck dir mal diese Schwitzer an, Digga. Ach, komm, Digga. Was ist denn los mit euch, Mann? Egal, Freunde. Wir haben acht Kills gemacht. 14 Leute haben noch überlebt. Ja. 14 Leute haben noch überlebt, Freunde. Wir machen jetzt noch eine Runde. Und. Diesmal rasieren wir noch besser. D-King, was war los mit dir? Was war los mit dir? Ich war nicht in Stimmung. Du warst nur tot, Digga. Nur tot. Ich war nicht in Stimmung. Ich habe hier Solo-2- und 1-G-Carry. Tut mir leid, Alter. So, Freunde. Wir landen in der zweiten Runde bei Paradise Palms. Und wir spielen jetzt eine normale Runde, weil in Arena waren wir dann nur Mongral, Tfio und alle anderen Pros unterwegs. Habe ich gar keinen Bock drauf. Die Leute nehmen das Spiel ein bisschen zu ernst für meine Verhältnisse. So, D-King, bist du bereit? Sag mir deine, wenn ich du wäre. Also, wenn ich du wäre, ne? Ja. Dann wäre ich erstens lieber ich. Zweitens würde ich mir alle, äh, dings, goldenen Waffen geben. Alle goldenen Waffen? Alle, die ich finde, muss ich dir geben, oder was? Ja. Okay. D-King, wenn ich du wäre, dann würde ich mir die blaue Pamp da geben. Aber hier ist, äh, Gegner. Dankeschön. Komm. Komm, wir da sehen jetzt. Die kommen hoch, die Brüders. Die Molokos. Wer ist hier drin? Nee, die sind da, die kommen hoch, Junge. Hast du kein Gehör, oder was? Nein. Okay, ich auch nicht. Ich glaube, das stimmt nicht. Hab ihn. Schlürf mal schön alles, obwohl du gar nichts gemacht hast. Ja, das ist schon immer so bei mir gewesen. Oh, da hat jemand Pampelgranaten geworfen. Chill, Dicke, chill. Wo sind die? Ich weiß es nicht. Ich hab auch nichts zu bauen, Dicke. Ja, der ist über mir, Dicke. Der ist ganz oben. Ich hab mir den Stinkgranaten geworfen, er ist getroffen. Aber er hat mich auch getroffen. Fertig Damage hat er mir gegeben. Lass mich vor, Dicke. Ich hab mehr Leben. Hier waren halt irgendwo Verbände. Ey, Campton hat euch. Ich seh ihn. Ja, stimmt, stimmt, chill. Ey, wie kann er mich durch die Wand killen? Oh, was sind das für Loops, Dicke? Ich auch schon wieder. Ich hab keinen Bock mehr auf Battle Royale, Freunde. Das war mein erstes und letztes Video für ein scheiß Battle Royale. Dicke, wenn ich du wäre, machst du den Abmott, weil ich hab keinen Bock. Also, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne einen Kommentar da. 1 auf 7. 1 auf 7, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Freunde, tschau.